Im Datenmanager legen Sie Ihre Produkte, Bedehnung, Stammgäste usw. an. Sie können bestehende Produkte ändern oder löschen. Sie haben die Möglichkeit, sich eine Artikelliste anzeigen zu lassen, für eine bessere Übersicht, welche Artikel Sie bereits hinterlegt haben. Diese Liste können Sie exportieren und importieren. Sie haben auch die Möglichkeit, diese später in einer Exitabelle zu pflegen. Wenn Sie bei Ihren Bewerbungen sind, können Sie sich in der Zwischenzeit herausstellen. Sie können Sie sich in der Zwischenzeit auf den Zwischenzeit. Sie können Sie sich in der Zwischenzeit auf den Zwischenzeit. Wenn Sie bei Ihren Stammgästen einen Rabatt hinterlegen, wird dieser bei der Rechnungserstellung automatisch abgezogen. Untertitelung des ZDF, 2020 Unter Einstellungen können Sie Passwörter ändern, Drucker zuordnen, diverse Funktionen ein- bzw. ausschalten, optische Anpassungen vornehmen und noch einige Dinge mehr. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Bei der Buchung können Sie nichts falsch machen, da sie Schritt für Schritt durchgeführt werden. Somit findet sich der Benutzer schnell zurecht. Ebenso sind nur die Felder aktiv geschaltet, die Sie für die Buchung benötigen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Automatische Abfragefenster, wie zum Beispiel für die Beilage, Mitarbeiter oder Menge, können auch jederzeit abgeschaltet werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Im umfangreichen Reporting-Bereich, der ohne Aufpreis in jeder Bitkom-Cash-Station schon enthalten ist, stehen Ihnen zahlreiche Auswertungen direkt zur Verfügung. Zum Beispiel können Sie mit nur einem Klick sehen, welche Produkte sehr gut und welche nicht so gut verkauft werden. Untertitelung des ZDF, 2020 Bewertungsbelege können direkt aus Bistro Cash heraus erstellt und gedruckt werden. Der Tagesabschluss kann wahlweise im A4 oder im Bonn Format ausgedruckt werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017